Willst du ein fotografisches Gedächtnis? Echt einmal den Lernstoff mit deinem Kopf abfotografieren, mit deinem Blick einmal drauf drüber scannen und alles drin? Wow, das möchtest du bestimmt auch, ich will das auch und was ich da absolut klasse finde, ist eine Technik, die kann man sich bei Gedächtniskünstlern abschauen. Das sind die, die können sich alles merken und denkst die, wie passt das in so einen Kopf rein? Also die fotografische Gedächtniseinheit geht wie folgt, nämlich der Trick für die Klausur ist, du verbindest das Wissen, was du in der Klausur brauchst, mit den Gegenständen, die du in die Klausur mitnehmen darfst. Ich mache mal ein Beispiel. Guck mal, du darfst ja auf jeden Fall mitnehmen in eine Klausur, ein Geodreieck, ein Stift, hier so ein Textmarker, vielleicht noch Radiergummi, einen anderen Stift, eine Pulle Wasser, also du darfst verschiedene Sachen mitnehmen, die alle erlaubt sind. Und was du dann machst, ist ganz, ganz einfach. Nämlich, du sitzt zu Hause an deinem Schreibtisch und denkst, Mensch, bei diesem rosafarbenen Textmarker, welcher Stoff wird mir denn dazu richtig gut einfallen? Und dann überlegst du dir, was du damit verbinden möchtest, welches Wissen. Dann sagst du dir vielleicht noch, bei rosa denke ich vielleicht besonders an diesen und jenen Stoff. Und an der Kappe, da will ich mich an das erinnern. Und bei dieser Schreibfläche, da möchte ich mich noch an diese andere Sache erinnern. Und so wird so langsam aus so einem Stift eine besondere Merkeinheit. Das heißt, du guckst auf den Stift und wenn du das oft genug gemacht hast, hast du sofort das Wissen parat, weil nämlich, so funktioniert das Gehirn, all diese Sachen dann mittlerweile gekoppelt sind. Das ist so ähnlich, als wenn jemand Zahnarzt sagt. Dann denkst du auch sofort, oh Gott, mein Kiefer tut weh. Genauso funktioniert das vielleicht mit dem Geodreieck oder hier mit dem Stift oder beim Radiergummi. Was wäre das Wissen, was dir am besten einfallen kann, wenn du an dir Radiergummi denkst? Also ganz einfach, verknüpfe das Wissen, was du in der Prüfung brauchst, mit Gegenständen, die du in die Prüfung mitnehmen kannst. Und das Coole ist, keiner merkt, dass du vorbereitet bist. Ein Spickzettel auf Gegenständen. Mach es, tu es und du wirst richtig viel wissen. Grundstück